Eine buchstäblich unbrennbare Ausgabe von Margaret Atwoods visionärem und oft verbotenen Buch The Handmaid's Tale, zu deutsch der Report der Markt, ist bei Thotheby's in New York zu sehen. Das Buch wird in einer Online-Auktion, die nur bis zum 7. Juni läuft, mit einem Schätzwert von 50.000 bis 100.000 Dollar angeboten.